Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den Patente-Sieg von Moderna, eine echte GameStop-Nachricht und die unrühmliche Nickel-Rallye. Im Thema des Tages erklären wir euch das Phänomen Private Equity und wie es für euch investierbar wird. Und in der Triple-E-Idee präsentieren wir die vier Dow Jones-Schnäppchen. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Wir begrüßen euch Holger Zschäpitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Montag, der 20. Mai und wir wünschen euch einen tollen Start in den Tag und auch die Woche. Und weil diese Woche ja mit dem Pfingstmontag beginnt, könnten eigentlich die Voraussetzungen für einen gelungenen Wochenstart kaum besser sein. Zumal die Börsen in Deutschland geöffnet sind und es somit auch Triple-E auf die Ohren gibt. Ja, ich meine, die Börsen haben geöffnet. Man selbst hat frei. Was will man mehr? Und es ist sogar davon auszugehen, dass einiges los sein wird. Zum Beispiel bei den Rohstoffen. Da gab es ja am Freitag heftige Bewegungen aufgrund der Unruhen in Neukaledonien. Das Land ist ja ein sehr wichtiger Nickel-Produzent und Nickel verteute sich entsprechend am Freitag um fast 7% und mit 21.150 Dollar je Tonne notiert der Rohstoff so hoch wie seit August des vergangenen Jahres nicht mehr. Und wie könnte es anders sein? Gefragt war auch Kupfer. Ihr kennt das ja schon, der Preis für das im Baujahr und überhaupt für die Energiewende überhaupt so wichtige Metall stieg um ja auch nochmal mehr als 1% auf 10.555 Dollar je Tonne. Und das ist der höchste Wert seit April 2022. Und es könnte sogar noch mehr werden, weil ja bei diesem Rohstoff für Kupfer, was direkt aus der Mine kommt, da gibt es schon richtige Engpässe. Und das geht ja dann irgendwann auch auf den Kupferpreis durch. Auf jeden Fall hat sich Nickel seit Jahresbeginn um 27% verteuert und Kupfer schon um 25%. Und Hintergrund für die Kupfer-Hosse war vor allem ein neues Unterstützungspaket der Regierung für den kriselnden Immobiliensektor in China. Aber nicht nur bei diesen Metallen könnte es spannen werden, auch beim Öl ist einiges los. Nämlich im Iran, das ist ja ein wichtiger Ölförderer, ist der Präsident Ibrahim Raisi. Und der Außenminister mit einem Helikopter, ja, notgelandet oder abgestürzt, ist noch nicht so richtig klar, was da passiert ist. Auf jeden Fall bis Redaktionsschluss des Podcasts war die Maschine verschwunden. Und sollte der in der Bevölkerung unbeliebte Raisi ums Leben gekommen sein, dann hätte das Neuwahlen zur Folge. Ja, und in dieser Region, die ohnehin schon so ein bisschen kipplich dasteht, wäre das natürlich nochmal eine neue Unsicherheit. Ja, das stimmt. Am Freitagabend gab es dann noch diese Nachricht. Die US-Biotech-Firma Moderna hat im Streit mit den Rivalen Pfizer und BioNTech um seinen Corona-Impfstoff einen Fall vor dem Europäischen Patentamt gewonnen. Und das Amt habe entschieden, die Gültigkeit des Patents EP949 von Moderna aufrechtzuerhalten. So hieß es zumindest in einer von Moderna verschickten Mail. Man gehe aber davon aus, dass die Rivalen dagegen Berufung einlegen werden und dementsprechend blieben die Investoren auch noch relativ skeptisch, die die moderne Aktie gewannen. Minimale 0,2 Prozent. Pfizer verlor 1 Prozent. BioNTech gab immerhin 2,6 Prozent nach. Und spürbar waren die Auswirkungen eines Analystenkommentars auf die Aktie des US-Online-Brokers Robinhood. Die gewannen nämlich 12 Prozent. Die Experten der Bank of America haben sie auf Kaufen von zuvor Underperform hochgestuft. Das Kursziel wurde auf 24 von 14 Dollar angehoben und aktuell notiert Robinhood bei 20 Dollar. Und die Analysten sehen eine nachhaltige Erholung im Geschäft mit den Privatanlegern. Diese dürfte bis 2026 anhalten, da die langfristigen Aufwärtstrends an der Wall Street seit 1950 im Schnitt sieben Jahre gedauert und Wahljahre historisch zu starken Börsenjahren geführt hätten. Und das Umdenken der Analysten kommt allerdings reichlich spät. Zu Jahresbeginn hat sie nämlich schon 61 Prozent gewonnen. Und die profitieren natürlich auch von dem ganzen Meme-Hype. Und es ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht, wenn man das Casino besitzt, das für den Meme-Hype zuständig ist. Und das ist ja auch Robinhood. Ja, und Krypto, hast du ja auch mal gesagt, spielt auch eine Rolle inzwischen eine große bei Robinhood. Dann hätten wir dann noch ein 20-prozentiges Minus der GameStop-Aktie zu verkünden. Jetzt werdet ihr sagen, ja gut, kennen wir ja schon 20 Prozent hoch, 20 Prozent runter. Oder nee, diesmal steckt sogar eine echte fundamentale News dahinter. Nämlich der US-Videospielehändler hat eine pessimistische Prognose für sein Geschäft abgegeben. Das Unternehmen erwarte für das erste Quartal einen Netto-Umsatz zwischen 870 und 890 Millionen Dollar. In den ersten drei Monaten des Vorjahres war es noch ein Umsatz von 1,24 Milliarden Dollar. Hintergrund sei das veränderte Verhalten der Kunden, die Videospiele und Sammlerstücke zunehmend online kauften, während GameStop ja weitgehend auf stationäre Geschäfte angewiesen ist. Ja, krass. Online-Handel boomt. Was für eine Überraschung. Das stimmt. Zumal sie haben am Freitag auch noch 45 Millionen neue Aktien platziert. Das kommt noch dazu, zu dem wunderbaren Minus. Dann haben wir noch eine Aktie, die positiv überrascht hat, nämlich Reddit-Aktie. Die profitierte von der Nachricht, dass man mit OpenAI eine Partnerschaft eingehen will. OpenAI wird Reddit-Inhalte im Chat-GPT und neue Produkte einbringen und den Nutzern helfen, Reddit-Communities zu entdecken und sich dort zu engagieren, hieß es in einer Ankündigung auf dem Firmenblog Spider-Unternehmen. Der Zugriff in Echtzeit auf die Daten von Reddit werde es den KI-Werkzeugen von OpenAI ermöglichen, Reddit-Inhalte besser zu verstehen und zu präsentieren, insbesondere zu aktuellen Themen. Und das Reddit-Papier, na, das gewann 10 Prozent. So, jetzt machen wir die Termine. Lieber Holger, das sind nicht so wahnsinnig viele, aber es gibt natürlich einen, der alles überstrahlt. Ihr könnt es euch denken, am Mittwoch die Nvidia-Quartalzahlen. Wichtigstes Event dieser Woche. Und so lange ist das schon her. Es waren die Quartalzahlen im Mai 2023, wo dieser ganze Nvidia-Wahnsinn losging. Das stimmt. Wir sprachen darüber vor allem. Das stimmt. Und ich könnte dir noch ein Fun-Fact sagen. Das habe ich jetzt gelesen. Nvidia kommt vom spanischen La Nvidia und bedeutet nichts anderes als Neid. Oh, das ist eine dieser super Small-Talk-Sachen. Denke ich mal. Und wenn du die Aktie hast und ich nicht, dann würde ich sagen, du bist ja nur neidisch. Sehr gut, sehr gut. Dann musst du das aber durchhalten bis zum nächsten Wochenende, wo man wieder so richtig Small-Talk machen kann. Termine. Wir waren bei den Terminen gestiegen geblieben. Ein paar Sachen haben wir dann doch noch. Wir haben noch in den USA den Einzelhändler Target. Dann haben wir Lowe's, Macy's haben wir, Ross Stores, BJ's, Wholesale Club. Ihr merkt schon, das ist alles so. Zweite, dritte Reihe. Snowflake ist noch ein bisschen größer. Medtronic, Workday, Intuit und PDD Holdings. Und dann haben wir noch die FED-Protokale. Ein Einkaufsmanager-Indizes haben wir auch noch. Das ist wichtig, um zu gucken, ob in Europa und in Deutschland es wirklich mit dem Konjunkturaufschwung so weitergeht, wie sie es angedeutet hatte. Und gleich heute haben wir am Pfingstmontag ein JP Morgan-Analysten-Meeting. Das ist nicht ganz unwichtig, weil da geht es natürlich auch um den Bankensektor insgesamt. Und Microsoft hat ein AI-Vision-Event, nachdem wir vergangene Woche schon OpenAI und Google ihre AI-Events hatten. Und es gibt Zahlen von Palo, Alto Networks, von Zoom, von eHang und von Trip.com. Ja, siehst du, ein paar Sachen haben wir dann doch noch auf dem Plan. Das Thema des Tages. Unser Samstags-Gast Oliver Bierhoff hat ja euphorisch von der Anlageklasse Private Equity gesprochen. Die hätte er bislang total unterschätzt. Und er hat sich vorgenommen, auch weniger vermögend den Privatanlegern den Zugang zu den privaten Märkten zu ermöglichen. Andere Anbieter wie Moonfair oder Liquid sind da schon etwas weiter und haben seit kurzem Produkte im Angebot. Grund genug, die Anlageklasse mal im Thema des Tages näher zu beleuchten und euch Chancen und Risiken zu präsentieren. Bislang waren ja private und nicht öffentliche Märkte eine Domäne für Profi-Anleger, Pensionskassen, Schiftungen, Versicherungen oder auch der deutsche Atomfonds, der heißt ja Kenfo. Die packen Teile aus Portfolios in Private Equity. Und der Name deutet es ja schon an, bei Private Equity handelt es sich um eine Form des Investierens in nicht börsennotierte Unternehmen. Und in der Regel handelt es sich auch um längerfristige Investments, so einem Horizont von acht bis zwölf Jahren. Und die Investoren, die beteiligen sich an Firmen mit dem Ziel, den Wert genau dieser Unternehmen zu steigern und sie dann später wieder mit Gewinn zu verkaufen. Und oft wird das Geld nicht selber in die Unternehmen investiert, sondern in Private Equity Fonds gesteckt, die beispielsweise Gesellschaften wie Carly, KKR oder Blackstone anbieten. Die Vorteile der Anlageklasse liegen auf der Hand. Das Geld wird langfristig investiert. Dadurch, dass die Unternehmen nicht börsennotiert sind, müssen sie nicht von Quartalszahlen zu Quartalszahlen denken. Und da die Firmen nicht an der Börse sind, werden sie eben auch nicht so kündlich neu bewertet. Und das bringt einen weiteren Vorteil. Die Investments sind stetiger, ist ja auch logisch. Die Firmen müssen ja nur zu bestimmten Zeitabständen bewertet werden. Und wenn die Börsen, also die Public Markets fallen, muss das ja lange noch nicht für die Private Markets gelten, wo es Bewertungsspielräume gibt. Und da das Geld langfristig gebunden ist, gibt es einen gewissen Illiquiditätsaufschlag, weil man ja nicht immer ins Geld rankommt, so wie es ja bei Aktien der Fall ist. Und durchschnittlich werden so jährliche Renditen von 10 bis 12 und teilweise sogar bis 18 Prozent versprochen. Aber, jetzt das große Aber, hier kommt der gravierende Nachteil, Private Equity ist zweitweniger transparent als Public Equity. Die Börsen mögen in ihren Bewertungen nach oben oder nach unten übertreiben, aber jeder hat zu jedem Zeitpunkt den fairen Wert und kann zu jedem Zeitpunkt seine Rendite berechnen. Und das ist halt bei Private Equity nicht ganz so simpel. Vor allem bei den Renditen gibt es ganz unterschiedliche Maße, nach denen da gemessen wird. Und die Profi-Investoren im Jargon Limited Partners oder auch LPs genannt, die verpflichten sich in der Regel auf eine gewisse Summe. Und die wird dann erst nach und nach abgerufen, also angenommen, ich sage zwei Millionen zu, dann werden vielleicht 500.000 zu einem bestimmten Zeitpunkt dann immer wieder abgezogen, also so in vier Branchen. Die Rendite wird in der Regel aber nur auf das abgerufene Geld berechnet, aber wenn ich mich verpflichte auf eine bestimmte Summe, dann kann ich ja nichts anderes damit machen. Und damit ist die angegebene Rendite oft zu hoch angegeben. Und das nächste Problem, wenn die erworbenen Firmen nicht zu einem ordentlichen Preisverkauf werden können, weil es keine Neuemissionen gibt oder sonstige Exit-Kanäle wie das M&A-Geschäft verstopft sind, dann bekommen die Investoren ihr Geld nicht zurück oder die Renditen fallen magerer aus. Und in den vergangenen Monaten waren die Börsen nicht besonders begierig auf Neuemissionen und auch das M&A-Geschäft lahmte. Insofern leidet die Branche so ein bisschen unter mangelnden Exits. Außerdem wurden in der Nullzinsphase jede Menge Investments zu stolzen Preisen getätigt und da leiten jetzt auch noch die Renditen drunter. Und stutzig macht zudem, dass Warren Buffett mit seiner Anlage Holding Berkshire Hathaway 189 Milliarden Dollar an Cash hat, weil er keine günstigen Anlagefirmen gefunden hat, während die Private Equity Branche ein Deal nach dem nächsten macht. Ja, irgendjemand muss sich da irren. Insofern solltet ihr genauer hinschauen, wenn sich jetzt das Segment für Privatanleger öffnet. Bei einer solchen Demokratisierung einer Anlageklasse ist erstmal Vorsicht angesagt. Die sogenannte LTIF-Novelle, haben wir auch schon darüber gesprochen, die hier in der EU jetzt seit Januar in Kraft getreten ist, ermöglicht auch Privatanlegern mit kleineren Summen Zugang zu Fonds, die bisher nur institutionellen Investoren vorbehalten waren. Und der Finanzdienstleister Liquid, der will Private Equity schon ab 10.000 Euro möglich machen. Für das Produkt Liquid Private Equity NXT oder NEXT kooperiert Liquid mit Neuberger Berman, einem globalen Asset Manager mit Sitz in New York. Und Liquid ist Co-Investor und beteiligt es an Private Equity Deals direkt. Und wenn man dann halt mitmacht, das nehmen wir an, Neuberger Berman kriegt einen Deal bei einer Firma X oder bei einer Firma Y, dann können die immer sagen, ja, wollen wir auch mit dran teilhaben. Und dadurch, das ist der Vorteil, weil man direkt in die Unternehmen investiert, fallen halt keine weiteren Fondsgebühren für die Investoren an. Für Privatanleger bietet man eine Liquiditätsoption an. Anteile können monatlich zum Verkauf gestellt und nach einer gewissen Aufbaufase quartalsweise zurückgegeben werden. Entweder ihr investiert einmalig 20.000 Euro oder dann gibt es die Option, 10.000 Euro zu investieren und einen monatlichen Sparplan von 200 Euro anzulegen. Liquid wird mit einer jährlichen Netto-Rendite von mehr als 15 Prozent. Wir können bei AAA die Renditezahlen nicht überprüfen, die Gründe haben wir schon genannt, und auch nicht sagen, ob in Zukunft solche Renditen möglich sind. Wir können aber gern mal einen Experten von Liquid einladen, der uns das Ganze erklärt. Das wäre natürlich ein schöner Samstagsfolgengast. Sag mal Bescheid, ob ihr das haben wollt. Und wer transparent in Private Equity investieren will, der kann auch in die Schaufelhersteller, nämlich die Private Equity Gesellschaften, die börsennotiert sind, investieren. Mit drei ETFs ist das möglich. Beispielsweise mit dem X-Trackers LPX Private Equity Swap, den FlexShares Listed Private Equity oder dem iShares Listed Private Equity. Und auf Sicht von zwei Jahren ist der FlexShares mit seinen 87 Werten führend, mit einer Performance von 42 Prozent. Danach kommt der X-Trackers mit 38 Prozent und danach dann der iShares mit 29 Prozent. Gleichwohl, die Werte sind zuletzt schon extrem heiß gelaufen. Das lohnt sich nur für langfristig denkende Investoren. Kurzfristig könnte es durchaus auch mal zu heftigeren Rückschlägen kommen. Der gute alte Dow Jones kommt bei uns aus guten Gründen, wie wir finden, immer ziemlich kurz. Denn der älteste amerikanische Aktienindex wird extrem willkürlich zusammengesetzt und spiegelt immer weniger so die echte wirtschaftliche Hackordnung in Amerika. Doch anlässlich des 40.000-Punkte-Rekords des 128 Jahre alten Index schauen wir heute doch mal genauer drauf. Denn bei der Analyse des Index ist uns aufgefallen, dass es trotz des Rekords immer noch zahlreiche Daueraktien gibt, die weit unter ihren historischen Höchstständen notieren und somit möglicherweise Potenzial aufweisen. Wir haben die 30 Aktien mal nach zwei Kriterien untersucht. Analysten mussten dem jeweiligen Papier ein zweistelliges Kurspotenzial zutrauen, das war das eine. Und gleichzeitig musste die Aktie aktuell mindestens 10% unter der durchschnittlichen Bewertung der vergangenen fünf Jahre notieren. Als Maßstab für Bewertungen haben wir mal das Kurs-Gewinn-Verhältnis KGV herangezogen. Wir stellen euch heute hier vier Unternehmen vor, die diese Kriterien erfüllen. Und da wäre ja etwa Intel. Der Schimpf-Konzern hat zuletzt enttäuschende Zahlen und einen enttäuschenden Ausblick geliefert. Und insbesondere das Auftragsgeschäft, das Intel in Konkurrenz zu TSMC aufbauen wollte, kommt nicht so richtig in Schwung. Zwar ist die Aktie mit einem KGV von 31 nicht gerade günstig bewertet, gemessen am Schnitt der vergangenen fünf Jahre lag das KGV aber bei 41, also deutlich höher. Und Analysten haben die Hoffnung auch noch nicht aufgegeben, das Kurspotenzial wird von ihnen auf 23% taxiert. Und eine weitere Enttäuschung ist auch Nike. Gerade in einem Supersport wie diesem mit Fußball-Europameisterschaft oder Olympischen Spielen hätte sich wirklich niemand träumen lassen, dass Nike seit Januar 15% im Minus notiert, während der Gesamtmarkt 12% im Plus liegt. Und hier beträgt der Bewertungsabschlag inzwischen ein Drittel zum Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Und Analysten halten das für übertrieben und sagen Potenzial von gut einem Fünftel voraus. Dann gehört noch dazu die Aktie von Amazon, die ist in diesem Jahr zwar gut gelaufen, hat zuletzt sogar ein neues Allzeithoch markiert. Doch die Aktie hat noch nicht Schritt gehalten mit der Gewinnentwicklung. Entsprechend liegt die Bewertung mit einem aktuellen KGV von 33 weit unter dem Fünfjahresschnitt von über 70. Und Analysten sehen noch ein Plus für die Aktie von 20%. Mit Chevron findet sich auch eine Energieaktie unter den zurückgebliebenen Dauwerten mit Potenzial. Der Ölpreis ist zuletzt wieder deutlich zurückgekommen und in diesem Jahr ist die Aktie hinter dem Gesamtmarkt zurückgeblieben. Nicht wenige Analysten rechnen damit, dass Energie teuer bleibt. Nicht zuletzt wegen der immensen Nachfrage durch die künstliche Intelligenz. Und Analysten beziffern das Kultpotenzial auf 15%. Das war alles im Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine mehr Interplay, also A-A-A-A-T-Wildi oder gebt uns eine Bewertung. Und natürlich wollten viele von euch das von Oliver Bierhoff persönlich auf die Serviette gemalte Golden Goal von 1996 gewinnen. War ja klar. Und wir hatten ja gesagt, dass wir unter den ersten fünf die Schreiben verlosen. Ja, und die ersten fünf waren bis 8.28 Uhr am Samstagmorgen am Start. Das zeigt, wie früh ihr selbst an einem Wochenende uns hört. Ja, und dann haben wir mal unter den ersten fünf gelost. Und jetzt würde ich sagen, Trommelwirbel. Machst du Trommelwirbel? Sehr schön. Gewonnen hat Marcel. Und er hat geschrieben, ich bin begeisterter Fan und höre jeden Morgen alles auf Aktion. Herzlichen Dank für eure Mühe und das Beste. Er nennt das Infotainment. Das finde ich unser Wort aber schöner. Zum Kapitalmarkt. Ich weiß noch genau, wie ich als Kind das Golden Goal vor dem Fernseher gesehen und bejubelt habe. Siehst du? Ja, toll. Habe ich auch getan, tatsächlich. Habe ich auch getan. Und wenn ihr Edutainment haben wollt und auch Grund zum Jubeln, weil ihr goldene Börsen-Goals schießt, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.